Noch wach, ist ein autobiografisches Buch von Benjamin von Stuckrat-Barre, das sich mit dem Thema Schlaflosigkeit und Abhängigkeit von Schlafmitteln beschäftigt. Der Autor teilt seine eigenen Erfahrungen mit diesen Themen und reflektiert darüber, wie sie sein Leben beeinflusst haben. Das Buch ist in kurze Kapitel unterteilt, die oft in Form von Listen oder Notizen geschrieben sind. Diese Abschnitte bieten einen Einblick in die Gedanken und Emotionen des Autors und seine Versuche, besser schlafen zu können. Stuckrat-Barre beschreibt seine verschiedenen Methoden um dies zu erreichen, einschließlich Yoga und Meditation. Eine zentrale Rolle im Buch spielen die Schlaftabletten, die der Autor über einen längeren Zeitraum eingenommen hat. Er beschreibt die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Medikamente und diskutiert deren Rolle in der Gesellschaft. Er reflektiert auch über die Gründe, warum er angefangen hat, Schlaftabletten zu nehmen und darüber wie schwierig es ist, diese Abhängigkeit zu überwinden. Daneben beschäftigt sich Stuckrat-Barre auch mit anderen Themen, die mit dem Schlaf in Verbindung stehen. Er diskutiert die Auswirkungen von Technologie und sozialen Medien auf den Schlaf und denkt über die Rolle des Schlafs in unserer Gesellschaft nach. Stuckrat-Barre schreibt viel über seine Vergangenheit als bekannter deutscher Popsonalist und seine Beziehungen zu anderen Menschen einschließlich seiner Familie und seiner Freunde. Auch in diese Punkte fließt die allübergreifende Causa Schlaflosigkeit ein, in dem der Schriftsteller ihre Auswirkungen auf seine Arbeit und sein Leben sowie seine Versuche damit umzugehen, vergegenwärtigt. Insgesamt bietet noch Wach einen ehrlichen Einblick in die persönlichen Erfahrungen des Autors mit Schlaflosigkeit und Abhängigkeit von Schlafmitteln. Das Buch ist eine Betrachtung des Schlafs und seiner Bedeutung in unserer Gesellschaft und zeigt wie schwierig es sein kann, mit Schlafproblemen umzugehen. Das Buch ist eine Betrachtung des Schlafenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskommenskomm Vielen Dank.